Ja, das war schon ein wenig komisch, aber wir haben gewusst, dass wir am Montag schlecht gespielt haben, alle in der zweiten Halbzeit und heute sollten wir Gas geben, das haben wir getan, wir haben die ersten drei Punkte geholt und dann schauen wir nach vorne. Das erste war ein schönes Spiel, ein super Pass von Luminica und ich habe auch eine rechte Ecke geschoben und das war schon ein spezielles Goal. 55. Minute, Büt für den FC Wintertour, markt durch den 27. Newton Katana. Wichtig ist, dass die Mannschaft gut spielt und dann bekomme ich auch mehrere Chancen. Das ist der Unterschied des letzten Jahres. Dieses Jahr spielt man nach vorne, also drückt nach vorne und profitieren wir Stürmer dafür. Der zweite war einfach glücklich, also auf den Fuß gefahren. Auswärts klappt es langsam. Wann klappt es zu Hause? Wir probieren nächstes Spiel Gas zu geben, dass wir auch die ersten Dreier von dieser Saison einfahren. Aber ja, zu Hause ist ein bisschen komisch, die letzte Zeit, weil ich denke auch, dass die Zuschauer auch ein bisschen Druck an uns gibt und dann spürt die Mannschaft und dann ist ein bisschen unsicher. Aber wir probieren jetzt, nächste Woche richtig Gas zu geben, dass wir auch unseren Fans auch was bieten können. Ja.